Roman vs. Heiko Roman vs. Heiko Auf sie wartet ein besonderes Duell. Ab dem 9. März ab 20.15 Uhr wagen sich wieder jeden Freitag 14 tanzwütige Promis aufs letzten Superkett. Mit den YouTube-Stars die Lois sind zum ersten Mal Geschwister in der rhythmischen RTL-Show dabei. Die Zwillinge treten aber nicht gemeinsam, sondern gegeneinander an. Welcher Bruder kommt am Ende weiter als der andere? Im Promiflas-Interview machten sich Heiko und Roman gegenseitig eine Kampfansage. Die Twins müssen sich warm anziehen, denn keiner der beiden Jungs will auf einen möglichen Sieg verzichten. Ich hab richtig Bock, Roman bei Letztanze fertig zu machen, kündigte Heiko an. Auch der wenige Minuten ältere Roman hielt sich nicht zurück, möge der Bessere gewinnen. Also natürlich ich. Die 18-Jährigen haben zumindest die gleiche Ausgangssituation. Sie haben noch nie richtig getanzt. Die fehlende Vorerfahrung könnte eine Herausforderung für die zwei Sänger werden, beim Tanzen muss man ja auf echt viele Dinge achten, Körperspannung, Körpersprache. Man braucht viel Gefühl und gleichzeitig Kraft. Zur Vorbereitung haben sich die Musiker Unterstützung eines Personalkoches geholt, mit dem sie in den vergangenen Wochen an ihrer Fitness gearbeitet haben. Was glaubt ihr? Wer schlägt sich besser im Wettbewerb? Stimmt ab.